Eine Frage, die immer wieder aufkommt, lautet Glauben Verschwörungstheoretiker eigentlich das, was sie da behaupten? Die Antwort darauf ist nicht leicht. Wir können uns ihr aber mit einem psychologischen Effekt annähern. Das Video behandelt den spannenden False-Konsensus-Effekt. Ihr seid beim Kanal Verschwörung und Fakten und das geht so. Der hier behandelte False-Konsensus-Effekt ist natürlich keine eierlegende Wollmilchsau. Will heißen, für einige Fälle bietet er einen ganz guten Erklärungsansatz, aber nicht für alle. Trotz aller Forschung und neuen Erkenntnisse muss einfach festgehalten werden, dass wir Menschen nach wie vor nicht in den Kopf gucken können. Und das ist letztendlich auch gut so. Aber was ist eigentlich dieser False-Konsensus-Effekt? Fangen wir einfach mal mit einer Übersetzung an. Falscher Konsenseffekt oder falscher Konsensuseffekt könnte man auf Deutsch sagen. Dieser Effekt besagt, dass Menschen meinen, dass ihre eigene Meinung in der Bevölkerung im Allgemeinen stark geteilt wird. Menschen gehen also von einem falschen Konsens aus. Ein Beispiel dazu. Ein begeisterter Fußballfan wird den Anteil von Fußballliebhabern in der Bevölkerung überschätzen. Bevor ich es näher erläutere, wie und warum dieser Effekt zustande kommt, gucken wir uns erst einmal drei Beispiele an. Wir werfen dazu einen Blick auf Querdenker, Julian Reichelt und Harald Welzer. Ach ja, und bevor wir jetzt einige Schnappatmung bekommen und böse Kommentare in die Tasten hauen wollen, ich stelle Herrn Welzer keineswegs in eine Reihe mit Julian Reichelt und Querdenken und anderen Verschwörungsfans. Wartet einfach mal ab. Nun gut, beginnen wir einmal mit den Querdenkern. Dazu schauen wir uns mal einen Artikel aus Apolloot aus dem Sommer an. Übrigens steht hinter Apolloot Ken Jebsen, der ja Ken FM nicht mehr betreibt. Sein neues Portal ist Apolloot, wo er allerdings eher im Hintergrund wirkt. Am 2. August 2022 ist ein Artikel mit der folgenden Überschrift erschienen. Woche der Demokratie. Wir sind viele und wir werden immer mehr. Mir geht es, wie ihr euch denken könnt, in diesem Kontext um den Satz, wir werden immer mehr. Ich glaube, es gibt keinen Ausspruch der Querdenker, der so viel Spott auf sich gezogen hat wie dieser. Jetzt machen wir uns mal den Spaß und gucken in den Artikel rein. Hier ist zu lesen, dass 19.000 Menschen an einer Demonstration in Berlin teilgenommen haben. Dass diese Zahl wahrscheinlich keiner Prüfung standhält, wollen wir mal außen vor lassen. Lustiger ist ja, was im Folgenden kommt. Ich zitiere, wir gehen auch dieses Jahr auf die Straße, um an den magischen 1. August 2020 zu erinnern. An diese große Demonstration durch Berlins Zentrum mit mehreren hunderttausend Menschen. Zitat Ende. Naja, liebe Querdenker, da könnt ihr euch aber auch nicht beschweren, wenn über euch gespottet wird. Hier steht, dass im Jahr 2022 19.000 Menschen demonstriert haben, wobei zwei Jahre davor noch mehrere hunderttausend Menschen demonstriert haben. Und das Ganze wird dann mit dem Satz, wir werden immer mehr, überschrieben. Mit Logik hat das Ganze nicht besonders viel zu tun. Sachlich korrekt wäre eine Überschrift, wir werden immer weniger. Kommt aber auch nicht so richtig gut rüber. Denn so ein Demo-Motto hat immer auch einen Appellcharakter. Das ist aber nur die eine Seite. Denn auf der anderen Seite kommt zum Tragen, dass die Querdenker meinen, dass ihre Meinung in der Bevölkerung stärker repräsentiert ist, als sie es in Wirklichkeit ist. Denn genau das besagt der False-Konsensus-Effekt. Und damit lässt sich zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Frage bejahen, ob die Querdenker wirklich glaubten, dass sie immer mehr werden. Ein gutes Indiz dafür waren auch die Narrative von Umsturz und zukünftigen Tribunalen. Auch diese können ja nur funktionieren, wenn man eine Mehrheit bildet. Dass man letztgenannte Versatzstücke in vielen Verschwörungserzählungen wiederfindet, ist glaube ich mittlerweile ein Allgemeinplatz. Und damit möchte ich zum zweiten Beispiel kommen. Zu Julian Reichelt. Zu Julian Reichelt habe ich bereits zwei Videos gemacht und komme dort zu dem Urteil, dass er sowohl rechtspopulistische als auch verschwörungsideologische Ansätze hat. Lasst uns jetzt einmal schauen, was er über seinen eigenen Kanal schreibt. Hier steht, Diese Journalisten, besonders bei den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch bei Spiegel, Süddeutsche und so weiter, sehen sich als medialer Arm eines Politiker. Herr Reichelt hingegen scheint die deutsche Rechtschreibung umbauen zu wollen. Am Text von Reichelt können wir den False-Konsensus-Effekt ja geradezu in Reinform beobachten. Nur mal zur Einordnung. Der Kanal hat aktuell ca. 214.000 Abonnenten. Der Ex-Bildmann redet aber ständig von einer imaginierten Mehrheit. Dabei handelt es sich um ein typisches rechtspopulistisches Narrativ. Die Meinung Reichels ist die angebliche Mehrheitsmeinung, die nur unterdrückt wird. Dass dies ein klassisches Verschwörungsmotiv ist, sei nur am Rande erwähnt. Die Frage, die sich hier stellt, ist ja wieder, glaubt der Mann wirklich, was er da sagt? Und auch hier liefert unser False-Konsensus-Effekt einen ersten Hinweis, dass es wirklich so sein könnte. Reichelt überschätzt offensichtlich vollkommen, wie oft sich seine eigene Meinung in der Bevölkerung wiederfindet. Aber nicht nur das. Reichelt appelliert ja geradezu an den False-Konsensus-Effekt. Er schwört seine Fans darauf ein, dass ihre Meinung, auch wenn sie sich damit mal alleine fühlen, in Wirklichkeit von Millionen von Menschen geteilt wird. Es also, um im Bilde zu bleiben, einen wahren Konsens gibt. Diesen gibt es nicht. Und Reichelt und seine Fans unterliegen lediglich einem psychologischen Effekt. Kommen wir nun zum dritten und letzten Beispiel, zu Harald Welzer, der gemeinsam mit Richard David Precht neulich ja ein Buch herausgegeben hat und damit einer noch größeren Menge an Leuten bekannt sein dürfte. Und, um das gleich vorwegzunehmen, Harald Welzer ist kein Verschwörungstheoretiker. Blödsinn erzählt hat er allerdings trotzdem. Worum geht es? Harald Welzer hat, wie gesagt, mit Richard David Precht ein Buch geschrieben mit dem Titel Die vierte Gewalt. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Welzer und Precht waren dann, um das Buch zu promoten und ein bisschen zu diskutieren, in der Sendung von Markus Lanz. Hier machte Welzer dann folgende Aussage. Aber in welcher Situation ist unser Land? Genau. Also wir haben totaler Vertrauensverlust in die Medien. Totaler Vertrauensverlust in die Medien, sagt Welzer hier. Machen wir uns dazu zunächst einmal den Kontext klar. Dieser Satz betrifft eine der Kerngrundlagen des gemeinsamen Buches von Precht und Welzer. Es ist also nicht mal eben so dahingesagt. Reklamiert Welzer doch für sich, dass er genau zu diesem Thema ein wichtiges Buch geschrieben hat. Wie sehen nun die Fakten aus? Johannes Hilje verwies auf Twitter darauf, dass die Behauptung Welzers so nicht zu halten ist. Zur Argumentation führt er die Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen 2020 an. Diese kommt zu dem Urteil, ich zitiere, In der siebten Befragungswelle der Mainzer Langzeitstudie wurde ein deutlich gestiegenes Vertrauen in die Medien festgestellt. Zitat Ende. Es ist immer sinnvoll, eine Quelle mit einer anderen Unabhängigen noch einmal gegenzuschecken. Tun wir das doch einfach. So findet sich bei Statista eine Befragung vom Reuters Institute for the Study of Journalism. Das Ganze ist aus dem Jahr 2022 und zeigt alles andere als einen totalen Vertrauensverlust in die Medien. Wie kommt Sozialpsychologe Welzer nun konträr zu den Fakten zu dieser Meinung? Ein mögliches Erklärungsmuster ist auch hier der False Consensus Effekt. Der Publizist überschätzt schlicht die Verbreitung der eigenen Meinung in der Gesamtbevölkerung. Das ist natürlich nur ein mögliches Erklärungsmuster. Wir können uns, wie gesagt, einer Frage, was Leute wirklich glauben, immer nur annähern. Ich habe diese drei Beispiele gebracht, um zu zeigen, wie relevant dieser Effekt ist bei der Erklärung von Verschwörungsglauben, Rechtspopulismus und postfaktischen Behauptungen. Außerdem hoffe ich, dass diese drei Beispiele dazu motivieren, sich anzugucken, was es mit diesem Effekt eigentlich genau auf sich hat. Das tun wir nämlich als nächstes. Der False Consensus Effekt wurde erstmals in den 70er Jahren beschrieben und ist weitreichend belegt. Es ist evident, dass Menschen ihm unterliegen. Aber wieso unterstellen wir, dass andere unsere Meinung und Einstellungen überproportional teilen? Dafür gibt es fünf wesentliche Gründe. 1. Bubble- oder Umwelteffekt Wir bewegen uns vorwiegend in einem uns ähnlichen Umfeld. Wer sich ständig mit Querdenker trifft, überschätzt deren Masse und Rolle. Übrigens auch ein Grund, warum die totale Ablehnung der sogenannten Kontaktschuld immer etwas schief ist. Es ist für Menschen einfach unangenehm und anstrengend, sich ständig mit Menschen zu umgeben, die andere Werte teilen, die andere Einstellung und Meinung haben. Daher vermeiden wir dies. 2. Ähnlichkeit ist auffällig Wir registrieren beispielsweise das eigene Auto stärker im Autoverkehr und überschätzen dann seinen Anteil an der Gesamtmasse. Mit Meinungen ist das vergleichbar. 3. Die situative Attribuierung Das hört sich komplizierter an, als es ist. Gemeint ist damit, dass wir denken, dass unsere Meinung durch die Fakten bedingt ist und nicht etwa durch uns selber. Das heißt durch unsere Einstellungen, Vorurteile und Vorannahmen. Und wenn doch die Fakten der wesentliche Grund sind für unsere Meinung, denken wir, dass andere Leute aufgrund der Fakten zu der gleichen oder ähnlichen Meinung kommen. 4. Die Nähe der eigenen Perspektive Unsere eigene Perspektive fällt ja nicht vom Himmel. Die haben wir uns irgendwann einmal angeeignet oder erarbeitet. Es ist daher leichter, unsere Sicht der Dinge zu sehen, als sich in andere rein zu versetzen. 5. Und letztens Projektion Wir projizieren unsere eigenen Meinungen, Erfahrungen und Einstellungen gern auf unsere Mitmenschen. Dieser letzte, von Freud inspirierte Punkt ist sicherlich nicht ganz unstrittig. Ich will ihn aber dennoch nennen und hier kein großes Fass aufmachen. Vielmehr will ich noch einmal deutlich festhalten, dass wir alle zu dem Effekt tendieren. Ich zum Beispiel, als ich ein Video über Richard David Precht gemacht habe. Ich war schlichtweg sehr überrascht, dass viele Leute ihn für einen akademischen Philosophen halten. Ich dachte, der Punkt sei so klar und eindeutig, dass es da gar nicht viel Gegenwind gibt. Aber denkste. Festzuhalten bleibt, dass der Effekt also ein typischer psychologischer Grund ist, warum wir uns irren und falsch liegen. Er erklärt, wie anhand der drei Beispiele gezeigt, zum einen, warum Verschwörungsfans, Rechtspopulisten oder eben auch Fernsehpromis falsch liegen, wenn sie ihre eigene Meinung überbewerten. Zum anderen ist er ein guter Hinweis darauf, dass die Menschen wirklich an die gesagten Aussagen glauben, auch wenn sie Außenstehende doch sehr unwahrscheinlich erscheinen. Übrigens kann man den Effekt noch deutlicher bei älteren Menschen finden als bei jüngeren. Ansonsten spielen Persönlichkeitsmerkmale hier keine große Rolle. Lassen uns jetzt noch einmal zu dem Thema Verschwörungstheorien zurückkehren. Der Forst-Konsensus-Effekt ist ein wichtiges Einfallstor für Verschwörungsglauben. Am Anfang steht nämlich häufig die Beobachtung, dass die eigene Meinung nicht oder nur sehr wenig in den Medien oder der Politik vorkommt. Das kann aus Sicht der Betroffenen nicht sein, da sie glauben, dass ihre Meinung weit verbreitet ist. Eine Möglichkeit, mit dieser falschen Feststellung umzugehen, ist dann, an eine Medien- bzw. Politikverschwörung zu glauben. Und die ist doch wohl Teil einer jeden guten Verschwörungstheorie. Gefährlich ist dabei, und daher auch das Beispiel mit Harald Welzer, wenn Leute sich in eine falsche Aussage verrennen und dann aus Eitelkeit und ähnlichem nicht mehr dahinter zurück können oder wollen. Dann driftet das Ganze zusehends in Verschwörungsglauben ab. So weit ist es bei Welzer aber nicht, nicht dass dies jemand falsch versteht. Kommen wir zum Fazit. Der Effekt ist spannend und bietet eine gute Erklärung dafür, dass Verschwörungsverbreiter durchaus an das glauben, was sie sagen. Klar darf man jetzt hier aber nicht in die Falle tappen, dass es auch andere Gründe gibt, Aussagen zu treffen und Fehlinformationen in die Welt zu setzen. Ein gutes Beispiel dafür ist Julian Reichelt, zu dem ich gerade zwei Videos gemacht habe. Guckt doch einfach mal rein. Ich bedanke mich bei meinen Unterstützerinnen auf Patreon. Claudia, Christian, Koshi, Thorsten, Richard, Andrea, Fabian Schild, Daniel, Marc Platz, Carlo Klemm und den Anonymen. Vielen Dank dafür. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.